Und? Was hält Sie nachts wach? Bei Schlafproblemen hilft Baldri Paran stark für die Nacht. Es beschleunigt nicht nur das Einschlafen, sondern fördert auch das erholsame Durchschlafen. Baldri Paran. Natürlich Durchschlafen. Erholt in den Tag starten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zur Talk24 am 8. Februar. Wichtige Arzneimittel, die hierzulande fehlen, werden jetzt zum Teil im Ausland beschafft. Weil die eigens erlassenen Ausnahmeregelungen aber nur für Fiebersäfte gelten, ist der Aufwand für die Apotheken immens. Erschwerend hinzukommt, dass die Hersteller ihre Defekte oftmals nicht bestätigen wollen. Die Einkommen von Auszubildenden sind nach einer Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Erstmals lag die Vergütung in allen Ausbildungsjahren in tarifgebundenen Betrieben über 1000 Euro. Die Ausbildungsvergütung von PTA und PKA lag unter dem Bundesdurchschnitt. An der University of Washington School of Medicine wurde im Rahmen einer Phase-1-Studie eine starke Immunantwort auf ein Protein generiert, das bei vielen Brustkrebserkrankungen eine Rolle spielt. Die Forschenden hoffen, dass damit der Grundstein für die Entwicklung eines Impfstoffs gelegt sein könnte. Dass ein dringend benötigtes Arzneimittel für ein Kind in ganz Österreich kurzfristig nicht aufzutreiben war, wollte Apotheker Florian Göttlinger nicht hinnehmen. Er setzte sich kurzerhand selbst ins Flugzeug nach Spanien und besorgte das Medikament auf eigene Kosten. Die ganze Geschichte auf apotheker-talk.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.